80 Menschen, weißt du, ja, Häuser verlassen jetzt. Ah. Dass wir ungefähr 80 Menschen sind, ne? Ja, Arlberg, wie ist es gespart? Also, von Vorarlberg über... nach Drol, wie geht es wohl nimmer? Oder, äh... wohl nach Vorarlberg, wie geht es immer? Schlau nimmer? Also, wir sind echt nicht so heftig betroffen. Bitte? Wir sind da echt nicht so heftig betroffen. Wirbel, naja. Also, wenn du jetzt in Wirbel lebst und in Wirbel, wo du es da hast, dann ist das kein Problem. Und wenn du jetzt in Wirbel wohnst, ist ja egal, wo du wohnst, in irgendwo außerhalb, wo du fahren musst, dann ist das Problem. Ja, dann will ich das wohl nicht machen. Ja, weil viele, die müssen ja zur Arbeit fahren und die haben ja nicht, äh... die arbeiten im gleichen Dorf oder in der gleichen Stadt. Wir sind jetzt kein Jahr mit 20 Kilometern, so wie der... äh, Adels zum Beispiel. Ja. Ja. Also, für mich steht klar, ich werde das Spiel auf jeden Fall in Direct, äh... Entschuldigung... Ich hab das jetzt mal... Ich hab... Geh mal bitte, wenn du eh grad auf YouTube bist, ne? Geh mal bitte auf jeden Livestream mit rein. Ob das da auch noch so schilbig aussieht. Ist toll, wenn man sich immer so hört. Hallo! Wuhu! Wuhu! Ist toll, wenn man sich immer so hört. Hallo! Wuhu! Ja, jetzt wird man mich natürlich fünf, sechs Mal hören, ist ja logisch. Wuhu! 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 Okay, lass mal an in Direct X12. Siehst du das Video gerade? So, das ist jetzt Direct X12, ne? Siehst du das Video gerade? So, jetzt dürfte eigentlich Echo wieder doppelt sein, oder? Kann das sein? Okay. Ja, muss ich gleich mal wieder gucken, was der Scheiß da wieder soll. Und jetzt, jetzt geh ich mal auf Direct. Ähm, das Spiel wird immer neu gestartet, darf ich nicht wundern. Ja, muss ich gleich mal wieder gucken, was der Scheiß da wieder soll. Und jetzt, jetzt geh ich mal auf Direct. Ähm, das Spiel wird immer neu gestartet, darf ich nicht wundern. Ja, ich glaube ich weiß, warum Stoppick gewinnen wird. Ja, jetzt geh ich mal auf Direct. So, jetzt bin ich auf Direct X11, ne? Hopp ich mal. Ja, ich glaube ich weiß, warum Stoppick gewinnen wird. Mal gucken, Grafik. So, jetzt bin ich auf Direct X11, ne? Hopp ich mal. Ja, jetzt bin ich Direct X11, jetzt guck dir mal das Video gleich an. Oh Gott, das Echo nervt jetzt schon wieder. Ja, jetzt bin ich Direct X11, jetzt guck dir mal das Video gleich an. Das ist mein Gott. Was? Ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Sie ist nicht mehr aufgerufen, wie erwartet. Ich muss mich sagen. Gott weiß nur, was ist da. Was? Was? Es wird alles runtergefallen. Bestes, Tessa? Bist du? Bist du? Bist du? D? Bist du? Also meiner Meinung nach Starrex äh das mit Oh Gott, der hat so ne kleine Karte Ne, so gravierend nicht, aber es ist halt natürlich den Rechner wesentlich besser Was ich noch nicht verstehe, dass ich Guck mal, jetzt ist kein Echo mehr da Ich hab jetzt keine Rückkopplung mehr